Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, wir haben nach einem neuen Co-Host gesucht und wir haben Kandidaten gefunden. Vier, um genau zu sein. Und genau, deswegen ist der Februar jetzt einfach mal dediziert, denen allen eine Chance zu geben, die wir als die Interessantesten und wahrscheinlich mit denen, wo wir am meisten das Fritzloch füllen können. Genau, deswegen noch kurz Danke an alle anderen, die mitgemacht haben. Absolut. Das heißt nicht, dass wir euch nicht mögen oder euch uncool finden, aber wir machen jetzt auch nicht ständig irgendwelche Stellenausschreibungen, in Anführungszeichen. Das heißt, wir sind jetzt quasi in Phase 2 und danke an alle, die sich beworben haben. Wir haben uns sehr gefreut. Das ist nicht einfach, weil man muss immer so ein bisschen aus seiner Komfortsucht raus und wenn ihr euch getraut habt und jetzt nicht unter den vier Halbfinalisten seid, dann ärgert euch nicht. Ihr könnt immer noch jederzeit sagen, hey, ich habe ein saugeiles Thema, auf das seid ihr noch nie gekommen. Ich würde gerne mal bei euch vorbeischneien. Ich bin der Medienunterhalter schlechthin. Und dann machen wir da was. Exakt. Aber heute als erstes gehen wir zurück zu Magic, denn der Sepp ist da. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Grüß dich. Wie aufgeregt bist du. Ich bin absolut aufgeregt. Das ist, man könnte sagen, mein erstes Mal, dass ich vor der Kamera stehe oder in dem Fall sitze. Bewerbungssilie habt ihr bekommen. Da habe ich das das erste Mal getan und jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich auch live dabei sein darf und mich mal ausprobieren darf, euch kennenlernen darf und ja, mal gucken, wie die Chemie stimmt und das mit unserem liebsten Hobby Magic. Ich glaube, das kann was werden. Ich freue mich. Ja. Also, wie lange spielst du eigentlich dann schon Magic? Weil vielleicht kennt man dich eben von unserer Boxing League manchmal oder hat dich schon hier und da mal gesehen. Weil Back2MTG ist ja dein Discord-Handle. Ja, genau. Das ist nicht nur mein Discord-Handle. Das ist mein Instagram-Handle. Viele kennen mich vielleicht schon aus eurer Community, aus bekannten Communities, mit denen man auch so ein bisschen rumhängt. Und ja, wie lange spiele ich Magic? Ich habe irgendwann in der Ende der Grundschule, Anfang der weiterführenden Schule begonnen. Das war so vielleicht 2000, 97, 98, 99, 2000, so um den Dreh. Das war Urzas Blog, fünfte Edition, Nemesis. Da habe ich wirklich angefangen, Magic zu spielen. Aber ich sehe es, es gefällt dir, Jochen. Du bist quasi ich. Wenn du jetzt noch eine längere Pause gemacht hast, ich will dir nicht vorgreifen, dann bist du ich. Ja. Ja, gucken wir mal, wie sehr wir eins sind. Ja, genau, es war Schulhof Magic irgendwo Ende der 90er auf der Tischtennisplatte, in der Mensa, in der Bibliothek habe ich angefangen, Magic zu spielen. Einfach ganz wild. Irgendwelche Booster, die man aufgerissen hat und irgendwas zusammengeschmissen und ganz weit weg von dem Magic, wie wir es heute kennen, wie ich es heute spiele. Ja, auch ich habe eine sehr lange Pause gemacht. Ich habe, glaube ich, drei, vier Jahre Magic gespielt, bis dann die Interessen gewandert sind auf der weiterführenden Schule und habe dann jetzt wieder zu Corona 2020 begonnen, Magic zu spielen. Und dann habe ich mir da wirklich zwei Displays geholt, einmal Zendikas Rising und das Corset 21 und habe einfach mal angefangen, Booster aufzureißen und gucken, was da drin ist, ohne wirklich zu wissen, dass ich irgendwann mal Commander spielen möchte, sondern ich habe mit einem alten Kumpel gesprochen und einfach mal geguckt, was habe ich noch so für Magic? Und gesagt, alles klar, Zeit, neue zu holen. Ich habe Zeit und habe die einfach mal aufgerissen. Und dann bin ich Richtung Commander abgedriftet, als ich das erste Mal im LGS war und ich dahin gedrängt wurde und seitdem komme ich davon nicht mehr weg. Ja. Naja, Commander ist ja auch des Formates, am nächsten an Pausenhof Karten rankommt. Das stimmt. Das ist auch, was mich begeistert hat damals. Dass man einfach, ich meine, ich habe schon damals auch in der Schule versucht, meine Persönlichkeit damit auszudrücken, aber offensichtlich war meine Persönlichkeit, wenn ich dem Deck nachging, das ich da mal rausgezogen habe aus irgendeiner Kiste, der lispelnde Geist und fünf Farben absoluter Crap. Zum Glück bin ich heute besser. Kann man machen. Also, was habe ich gespielt? Ich habe früher, als ich, ich habe sogar mein altes Deck noch wiedergefunden und ich möchte es gar nicht sagen, aber es war nicht gesleeved und es war mit einer Gummiflitsche festgebunden. Ja. Und was habe ich gefunden? Ich habe heute, weiß ich, dass es ein Raktos Burn-Deck war, ohne es damals als 12-, 13-Jähriger zu wissen. Genau. Da war noch ein Teuflischer-Edikt. Oh. Aber zum Glück muss man ja heutzutage sowas nicht mehr machen. Man ist ja zum Beispiel mit Sleeven gewohnt und man spielt auf Playmats wie die von Ultimate Guard. Hey! Unser Sponsor für den Commander Conference. Wir haben hier immer wieder Deckboxen, die wir mega geil finden. Ähm, der Return to Earth-Boulder insbesondere. Erst das Wochenende tatsächlich jemand auf, ich habe Yu-Gi-Oh gespielt, aber ich habe ein ganzes Yu-Gi-Oh-Zeug da drin gehabt und der hat den sogar gekannt. Also, der Name geht rum. Ähm, wir sind super zufrieden mit den Produkten. Ich mag die Cortex-Sleeves. Außerdem gibt es noch die Premium Katana-Sleeves, die ganz nice sind. Playmats. Also, damit wir nicht mehr auch mit einem Gummiband rumrennen müssen und unsere 60-Karten äh, äh, zerstören. Ich werde, glaube ich, jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, ich werde jetzt, dass ich ein Deck in meine Cortex, die ich bekommen habe letztens, äh, reinbaue und da werde ich, glaube ich, tatsächlich mal meine Duskana-Ritter-Ordens-Leute da reinbasteln. Dann kann denen nichts geschehen, außer, dass sie halt zwei Zweier sind und von allem umgelegt werden, was lebt. Aber die Clips sind nicht schuld. Ein Gruß von mir an Ultimate Guard, auch meine, äh, mein Regal und meine Deckboxen sind die Return-to-Earth und die Boulder-Deckboxen. Ich habe zwar nicht die Core-Sleeves, aber ich bin in den Katana-Sleeves verliebt. Die sind grandios. Okay. Super. David, Sponsor-Segment over. Genau. Aber, hey, es ist nice, wenn du da schon mal auf einer Wellenlänge bist. Du hast eben auch das Thema vorgeschlagen extra, das wir interessant fanden. Genau, ich durfte ein Thema mitbringen in diese Podcast-Folge und ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz cool, über ein Casual-Format zu sprechen und mit dem Titel Ist Casual noch Casual? Unser Lieblingsformat im Geschwindigkeitswandel. Da würde ich ganz gerne den Fokus mit euch drauf legen, was wir unter Casual verstehen. Vielleicht jeder von uns individuell. Wie Casual im LGS angesiedelt ist, was man so für ein Grundverständnis hat. Und ja ganz wichtig, meiner Meinung nach, wie ist so der Geschwindigkeitswandel von unserem Casual-Spiel. Man sagt ja Casual, ein paar mehr Turns, ruhig mal entspannt, vielleicht mal zwei Stunden spielen. Ja, man sieht, ich will gar nicht vorgreifen, aber man sieht anhand der Karten und anhand des Wandels, was Commander so mit sich bringt in den letzten Sets, dass es da auch eine Veränderung in der Spielgeschwindigkeit gibt. Und das würde ich ganz gerne mal mit euch andiskutieren, mal so erfahren, wie eure Einstellungen dazu sind, ob wir auf einen Nenner liegen, ob wir kontrovers in die Diskussion gehen können. Ich bin gespannt. Genau, das sollte das Thema heute sein. Genau, fand ich gut. Ich bin auch letztens erst von einem Spielerabend, also von einem Commanderabend heimgekommen, wo wirklich viele Leute einfach mit Precons gespielt haben, was ja so der Inbegriff von quasi das Super Casual, wenn man das mal so sagen will, da hat man ja nichts damit gemacht. Und ich hatte keinen Precon dabei, weil ich wie immer mal eine Riesen ausführen wollte und irgendwelche anderen Decks, die ich cool finde, aber die sich weigern, mir Siege einzufahren. Und ich glaube, bis auf einmal, indem meine Riesen wirklich hart rasiert haben, da können wir nachher noch bei dem Mana drauf kommen, bin ich wohl mit meinen Decks schon ziemlich im Casual angesiedelt, weil es jetzt nicht so, dass ich, also ich will das auch nicht, aber ich bin jetzt kein so ein, ich bin offenbar kein Pubstomper, der dann hingeht und sagt, okay, ihr habt alle schön eure Precons dabei, ich habe jetzt leider keins, da muss ich halt leider mein CEDH-Deck auspacken und euch alle vernichten. Also ich habe für mich selber erkannt, ich bin offensichtlich Casual in jedem Sinne. Also ganz interessant, Bayreuth, Wintersemester, die ersten großen, ähm, die erste große Pause ist da, die Leute prokrastinieren und haben jetzt vielleicht ihre Prüfungen um uns. Deswegen bin ich, war ich jetzt seit letzter Zeit öfters mal wieder konfrontiert, wie es in so einer Studentenstadt läuft mit neuen Spielern und Spielerinnen. Und da sind ein paar Dinge mir aufgefallen. Also weil unter Casual, was, weil die Casual-Definition ist schon sehr unterschiedlich häufig. Und, ähm, wir hatten ein Spiel mit eben jemandem Neues und, äh, ich hab halt mein, ähm, Doctor Who-Deck gespielt, also meine Naya Dinosaurier damit. Und, äh, es ist halt, es ist halt mal passiert mit Savage Order Turn 4 und ich hol mir einen Itali, der dann weiter Zeug macht und dann ist es Turn 5 und ich bin Arch Enemy. Und quasi die neue Person hat geschaut, so, hat mich quasi so, effektiv, ich bin der Pappstomper und der Rest so, nee, das passiert halt mal. So effektiv, effektiv. Ähm, weil erstens ist es ziemlich schwer, Casual anhand von einem einzelnen Spiel oder so zu entscheiden. Aber was wir dann halt auch im Laufe vom Abend gemerkt haben ist, ist, dass es bei uns zumindest doch immer einen Kern gibt, der gewinnen will und halt der auch wirklich starke Karten spielt und auch wirklich auf eine Stärke getrimmt ist. Wenn wir wirklich ruhiger spielen wollen, dann sagen wir das vorher an. Aber ich sag mal, unser Casual, ähm, Standard-Modus ist tatsächlich gar nicht mal so schwach, wie man denken würde. Er setzt halt nicht auf irgendwelche Tharthas-Oracle-Kombos oder so, aber er ist dann doch sehr stark, dass die Leute, die Leute werden schon ein bisschen dazu gezwungen, schnell zu interagieren. Und es hat, es hat, die Geschwindigkeit hat bei uns deswegen auch ziemlich angezogen tatsächlich. Darüber wollen wir ja da noch reden, ne. Also, ich hab sehr viel der Karten, die du da aufgeschrieben hast, in deiner Liste. Ja, ich spiel die. Ja, genau, alles. Nein, genau. Vielleicht sag ich noch mal so was, was ich von Casual erwarte und wo ich angesiedelt bin. Also, aktuell spiel ich in zwei physikalischen Spielgruppen wirklich. Eine im LGS, die auf einem recht entspannten Power-Level sind, wobei es immer auch so ein bisschen zwiegespalten ist. Zwei davon haben ihre Decks schon gut ausgetunt. Einen Deck ist davon ein Elfen-Lateriel-Deck, was echt enorm steil gehen kann. Das andere Deck ist ein Meerendeck, also ein Graveyard-Deck und auch sehr eklig. Und die sind schon echt im High-Power angesiedelt. Der andere Kollege, der spielt im Casual und regt sich immer auf und sagt, das ist schon nicht mehr Casual, das ist schon High-Power, CDH. Und da gehen unsere Meinungen auseinander. Und dann haben wir wirklich eine High-Power-Casual-Gruppe, die das schon sehr ähnlich ist, wie du beschrieben hast, Freddy. Dass man sagt, okay, wir spielen sehr viele von Karten, die wir gleich auch rege andiskutieren werden, wo man auch in sechs Zügen, sieben, acht, neun Zügen ein Spiel beenden kann, was aber auch durchaus mal zwei Stunden gehen kann. Also es ist sehr, sehr abhängig davon, wie der Draw und so ist. Aber das ist schon mit einer sehr guten Mana-Base. Da sind Tutoren mit drin. Da sind auch teilweise Combo-Pieces drin. Jetzt kein Tassas Oracle, aber schon, wo man daraufhin ausarbeitet, das Spiel auch zügig zu beenden. Wobei es meiner Meinung nach immer noch kein CDH ist, aber schon echt High-Power-Casual, wenn man es so nennen kann. Und ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich diese Karten, die ich genannt habe, sehr gerne spiele. Einige sind rausgeflogen, weil es arschige Karten sind. Andere spiele ich immer noch sehr gerne. Genau, und da können wir gleich ganz gerne einfach mal drüber reden. Ich habe es grob eingruppiert in Speed Up, also Karten, die das Spiel beschleunigen. Slow Down Karten, die das Spiel vielleicht ausbremsen. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir darüber ein bisschen sprechen können. Ich glaube auch übrigens, dass es, wenn man über Casual spricht, also wir haben es ja jetzt, haben alle drei kurz gesagt, ja, wir haben gespielt und das ist Casual, das ist Casual. Es ist natürlich schwierig, weil ich bin da bei Freddy, es gibt so unterschiedliche Levels natürlich, wie es auch Power-Levels gibt. Es kann ein höher angesiedeltes, oder hast du ja auch gesagt, Seb, es kann ein höher angesiedeltes Casual geben, wenn alle Leute damit fein sind. Und das für die, wenn man sagt, Casual ist für mich stressfreies, angenehmes Commander-Spielen. Ich glaube, aber im Allgemeinen kann man sagen, dass Casual sich dadurch auszeichnet, dass man keinen 100% konsistenten Weg zum Sieg verfolgt und den immer problemlos wiederherstellen kann. Weil das ist für mich dann das, wo, also es mag Decks geben, auch bei Precons zum Beispiel, wenn das einfach nur ein Elf-Storm, ein Elf-Ball-Deck ist. Das hat halt einfach 100% den Winning-Kurs. Okay, ich muss hier auf Elfen gehen. Aber gerade wenn man sagt, ich habe jetzt ein bisschen was rein, ich hole mir mit meinem Savage Order immer eine von diesen drei Karten und dann gewinne ich normalerweise im nächsten Zug, dann hört es halt für mich zumindest auf, dass es Casual ist. Auch wenn man immer noch was dagegen tun kann auf einem bestimmten Power-Level, aber es ist dann nicht mehr so, ja, gucken wir mal, was passiert. Spaßiges Spiel. Sondern das ist schon, okay, ich möchte jetzt gewinnen, ich weiß, wie ich gewinne und ich kann diesen Zustand sehr gut konsistent herstellen. Ja, ich bin auch kein großer Fan, das unbedingt in Turns zu messen, weil ich sage mal, ein Stack-Stack, das gewinnt auch erst Turn 18, aber gespielt wird nicht mehr ab Turn 6. Kennst du mein Deck? Vielleicht. Ja, also ich muss aussagen, ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich mit fremden Leuten irgendwie in einem Laden spiele und das ist echt Casual, so ein bisschen über Precon-Level, wobei mir immer sehr schwerfällt, irgendwie ein Power-Level einzustufen. Egal, wen man fragt, ja, ja, das ist Power-Level 7 und dann hast du Decks, die sind wirklich hier oben bei Power-Level 7 und du hast Decks, die sind hier unten bei Power-Level 7 und ich denke, okay. Und ich erwische mich tatsächlich immer wieder, wenn ich mit Leuten spiele, die ich nicht kenne, wo man die Decks nicht kennt, dass ich mir so, boah, irgendwie könnte das Spiel jetzt aber auch einen Ticken schneller gehen. Nicht, weil jetzt der eine oder die andere irgendwie ein bisschen länger überlegt, sondern wirklich, boah, jetzt dümpeln wir da in dem Turn rum, wir dümpeln da rum und da habe ich gerne so knackige Spiele. Ich spiele lieber auch zwei, drei Spiele an einem Abend, die dann zügiger vorbei sind, als ein Zwei-Stunden-Spiel mit sechs Board-Weibs. Man fängt wieder bei Null an. Da tausche ich dann lieber die Decks durch und spiele mehrere Spiele und ja, finde ich cool. Ich habe aber auch so Decks, die komplett flavor-technisch sind, so ein Zombie-Deck zum Beispiel, wo man auch acht, neun Runden da mal so ein bisschen rumdümpelt, aber dann kann es explodieren und dann muss man es aufhalten. Ja, aber auch das ist ja wieder, auch da dreht sich es ja, also ich komme darauf zurück, das dreht sich dann wieder um Konsistenz. Wenn, es gibt zum Beispiel, ich nehme mal das Precon wieder, es gibt Precons, die haben relativ viele Board-Vibes. Es ist halt aber, also Decks unterscheiden sich dann in ihrer Fähigkeit, sich von den eigenen Board-Vibes auch wieder zu erholen, weil natürlich kann in der Theorie jeder immer ein Board-Vibe zünden in seinem Zug, aber ein Deck, das stringent ist und gut durchdacht und dann eben auch so langsam diesen absoluten Casual-Bereich verlässt, das weiß halt, okay, wenn ich jetzt das mache, dann mache ich das, weil ich im nächsten Zug auf jeden Fall vor den anderen bin mit meinen Ressourcen und meiner Board-Präsenz und ein Casual-Deck ist halt ganz oft so, ich muss jetzt auf was antworten, die Antwort ist nicht so geil, weil die schneidet mir wirklich sehr ins eigene Fleisch und dann bauen sich alle so nacheinander wieder auf, also ungefähr auf einem Level, aber keiner hat jetzt den großen Fallback-Plan, dass man sagt, wenn ich jetzt den Board-Vibe zünde, außer es ist ein einseitiger Board-Vibe, dann werde ich auf jeden Fall in der nächsten Runde der sein, der am besten dasteht. Das ist auch eine Sache, die eben sehr schwer ist beim Bewerten von Casual, denn wir haben, in meiner Erfahrung, oder einer meiner frühesten Erfahrungen war jemand, der mit mehreren Protein-Hulk-Instant-Speed-Kombos gezockt hat und keiner hatte Probleme damit. Null. Wir waren eigentlich relativ casual. Ich war noch am Anfang meiner Erfahrung mit Magic, aber wieso hat das dann funktioniert? Oder würde ich das immer noch als casual bezeichnen? Weil die Person einfach offensichtlich war. Also quasi, sie hat nie sich beschwert, wenn etwas gegen gemacht worden ist. Es war quasi eine Herausforderung und er hat mehr oder weniger den bösen Wrestling-Heel, also den Wrestling-Bösewicht, gespielt, anstelle von halt jemandem, der da weiß, aber wieso werde ich da nicht in Ruhe gelassen, sondern er wusste, was er macht, er wusste, dass es stark ist. Es war sein einziges Deck an den Abend tatsächlich, also er hat so ein bisschen Leute aufgezwungen sogar und es hat trotzdem funktioniert, weil einfach, weil die Spiele haben trotzdem super Spaß gemacht, weil klar, man muss ihn beantworten, aber wie macht man das, ohne dann gegen die anderen drei Leute gleichzeitig zu verlieren? Und das war auch eine super, super interessante Aktion von ihnen. Und ja, es ist immer, es ist immer eine gewisse Mindset-Sache und ich glaube, damit können wir auch mal zu deinem Thema gehen mit den Karten, die die Geschwindigkeit erhöhen, weil bei dir hast du gesagt, es ist oftmals ein bisschen langsam und das ist eben etwas, was ein großer Negativfaktor sein kann, aber ich sage mal, zu große Geschwindigkeit ist auch nichts. Also wie findet man den Mittelgrad? Genau, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die erste Kategorie. Ich habe so ein bisschen versucht, das Thema Speed-Up in Kategorien zu unterteilen, so wie wir es auch ganz häufig machen, wenn wir Deckbau betreiben. Ich bin einfach mal so im Bereich Speed-Up, würde ich einfach mal mit dem Thema Ramp einfach mal anfangen. Das ist ja klassisch dafür, dass man zügig ins Spiel starten kann, dass man voranschreiten kann. Ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Sachen rausgesucht und ich würde, glaube ich, ganz gerne einfach mal mit den Ländern anfangen, mit der Mana-Base, weil ich glaube, das ist das A und O-Index und das ist entscheidend dafür, wie schnell man starten kann. Und verrufen oder nicht im Casual, ich weiß nicht, ob es gern gesehen wird, ich habe unterschiedlichste Meinungen gehört, Fetchlands. Wie gut kommt Fetchlands an im Casual? Ich spiele sie ganz gerne und ich sage, ich erwische mich immer wieder bei den Karten, die ich da genannt habe. Für mich sind Fetchlands in Kombination mit Shocklands enorm wichtig, um mein Ziel zu verfolgen. Und ich behaupte trotzdem, dass ich noch im High-Power-Casual-Spiel würde ich einfach mal so gerne in die Diskussion freigeben. Also Fetchlands, Shocklands finde ich überhaupt kein Problem. Und das hat einen einfachen Grund. Tatsächlich, weil die Spiele ja eher darauf ein, zwei Züge länger dauern, sage ich einmal, oder naja, naja mehr, tut der Schaden irgendwann vielleicht auch richtig weh, den du dir dazu machst. Aber der Upgrade von von einem Multicolorland zu einem Fetchland ist ein Prozentpunkt. Den wiederholst du zwar mit mehreren Fetchlands und mehreren Shocklandern, aber es sind immer noch nicht mehr als ein, zwei Prozent. Was es halt stark macht, sind Karten wie Sun Titan, der dann das Fetchland holen kann und sowas wieder und du die Mana dann sofort verwenden kannst. Das ist, wo meine Stines drauf liegt. Ja klar, Shock und Fetch sind sehr starke Karten und dein Deck ist besser mit denen in den meisten Fällen, aber es hat trotzdem Kosten, auch wenn sie sehr gering sind und es führt ja trotzdem zu interessanten Gameplay. Also es ist ja nicht so, als wäre das was komplett uninteraktiv ist. Also ich meine Tishanas Tidebinder haben vielleicht viele Leute schon mal jetzt in den letzten Set aufgemacht. Die kann glaube ich einen Fetchland Trigger stifeln. Also das sind solche kleinen Dinge und dann so, aber das macht man doch nicht. Geht mal ein bisschen weg davon, das macht man nicht. Bestraft die Leute, wenn sie so was, wenn sie ein bisschen ihre Mana Base upgraden auch mal. Zeigt ihnen, das hat Kosten. Das einzige Problem, was ich halt oft habe, ist das Fetch- und Schott-Gländer eben in diese, ja es ist Länder und Länder werden nicht angefasst Kategorie fällt und deswegen besser sind. Aber haut den Sand-Titanspieler in Response sein Fetchland weg und so was, dann zeigt ihnen, die Karten haben Kosten, das Upgrade ist nicht 100% umsonst und ich glaube dadurch regulieren die sich schon ganz gut. Ich glaube, bitte, du darfst. Ich glaube, das kommt tatsächlich, wir werden darauf noch öfter zu sprechen kommen, Fetchlands und Shocklands an sich sind nicht das Problem, finde ich auch nicht. Es gibt aber zwei Sachen dazu zu sagen. Zum einen, es macht immer die Dosis das Gift aus und klar, nur Fetch und Shocklands in seinem Deck zu haben, das macht eine bessere Mana Base, das macht mir mehr Spaß zu spielen, das sorgt, ich würde auch sagen, in den meisten Fällen eher dafür, dass das Spiel interaktiver wird, weil es funktioniert. Also, da sitzt man nicht da und hat halt, es fehlt einem ums Verrecken, dieses eine Mana. Das heißt aber auch, dass, wenn ich mal anfange und dann lade ich halt so ein kleines Upgrade und noch ein kleines Upgrade und noch ein kleines Upgrade drauf, da muss man halt selber sich sehr genau beobachten, weil dann verlässt man schon, finde ich, relativ schnell den Casual-Bereich. Und manchmal bemerkt man es nicht. Und jetzt kommt Nummer zwei, Fetch und Shocklands haben halt auch einen Ruf. Also, du kannst auch ein super Casual-Dickes Deck haben, du könntest auch ein Precon nur mit Fetch und Shocklands aufrüsten. Ich würde sagen, an den meisten Tischen werden die Leute trotzdem kurz gucken, vielleicht auch mal kurz schlucken und dann dich, bis du ihnen das Gegenteil beweisen kannst, in eine Schublade packen, wo du halt eher der Typ bist, der jetzt kein normales Casual-Deck mehr spielt, mit, ja, alle meine vielfarbigen Länder kommen getappt ins Spiel und meine Fetch-Länder kommen auch getappt ins Spiel, das dauert halt alles so seine Zeit. Nee, dann bist du schon der Typ, der halt auch aggressiv Leben bezahlt und schneller ins Spiel kommen will, was überhaupt nicht schlimm ist, aber ich glaube, für die meisten Leute beginnt da der Weg raus aus dem Casual-Land und hin zu einem optimierteren Spiel. Vielleicht da nochmal eine andere Sichtweise, also mein Move war gerade, ich habe zwei Scheiners Tidebinder aufgemacht in dem neuen Set, einmal ein Voll und einmal ein Non-Foll, deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen gefreut. Ich habe noch eine andere Ansicht zu den Fetch-Lands und Shock-Lands. Ganz häufig wird das nicht nur an dem Power der Karten gemessen, sondern auch an dem Value in Euro, dass gesagt wird, ja pass auf, die sind aber irgendwo zwischen 20 und 50 Euro, da endet bei mir einfach Casual, weil ich nicht bereit bin in so einem Hobby im Casual-Bereich so viel für eine Karte auszugeben. Und kann ich nachvollziehen. Ich spiele sie trotzdem ganz gerne, weil ich zwei, dreifarbige Decks und auch ein Wooburg-Deck spiele und ja, das kommt im schlimmsten Fall nicht aus Pötter, wenn ich da nicht gezielt nachsuche. Ja. Ich bin da voll fein mit den mit den Ländertypen. Also ich glaube, da hast du hier keine Opposition, die Mana-Base ein bisschen zu pimpen, damit man einfach ordentlich spielen kann, ist glaube ich, war auch noch nie Commander-Kompass Haltung, dass wir da sagen, nein, nein, das ist verboten. Vor allem eine andere Haltung, die wir nie hatten und das möchten wir nochmal rausmachen, Geld macht überhaupt kein Power-Level aus in dem Fall. Also für Casual nicht. Das ist unglaublich schlecht, was daran zu messen. Ähm, einige meiner teuersten Decks sind Müll. Das sind die schlechtesten, die ich hab. Wenn es heißt, hey, lass mal Piano machen, lass mal was Schlechteres auspacken. Cool. Dann hab ich damals mein, ähm, Mono, mein Monoblaue, äh, was, mein Temur-Deck ausgepackt, wo richtig teure Länder drin waren. Das waren Paco und Haldan. Äh, da waren damals, ich glaub, das Deck hat allein auf, ähm, Moxfields 1300 Dollar gekostet. Und dann weiß ich nicht, was die Euro-Conversion war. Das ist das Deck, was ich ausgepackt hab, wenn die Leute Casual spielen wollten, weil das Deck halt dann einfach so, ja, da sind alte Rares aus meiner Jugend drin, die halt jetzt teuer sind und halt Dinge, die ich eh rumliegen hab und nie spielen konnte, aber ich weiß, dass sie teuer sind, weil irgendwo wollen die ja auch einen Platz haben. Da war ja auch Silvala noch eine 50-Euro-Karte und dann war halt die da auch drin und, naja. Ja, absolut. Kommen wir vielleicht dann noch bei den Artefakten drauf. Ich, ich kenn das, das Problem in meinem Riesendeck, von dem, glaub ich, niemand, der jemals dagegen gespielt hat, sagen würde, dass es etwas anderes als ein Casual-Deck ist. Genau. Aber, wollen wir mal ein bisschen dann über den nächsten Step reden von der Landbase hinweg, zu den unterstützenden Karten. Land Tags, Exploration, Yavimaya, Urborg sind da aufgeschrieben, Ancient Tomb, also Dinge, die ja dann anfangen, wirklich die Mana zu erzeugen in Form von mehr Ländern, mehr Land Drops. wo findest du es, machen die das Spiel schneller? Oder wieso? Ich denke einfach, dass diese, ja, Ramp-Karten, wie ich sie jetzt einfach bezeichnen würde, dafür sorgen, dass ich, dass ich schneller ins Spiel komme. Wenn ich jetzt mal so den schwarzen Ritus sehe, ich sagte gerade, dass ich irgendwann zu Ursas Block angefangen habe, das ist eine Karte, die, die kostet halt einen, einen Sumpf, ein schwarzes Mana und generiert mir drei, zwar auf Sorcery Speed, aber ist halt ganz cool, wenn ich dann versuche, irgendwie schneller in Turn drei was rauszuspielen oder Turn zwei, dann funktioniert das schon ganz gut. Oder auch Exploration, das gibt mir einfach die Möglichkeit, ein Land mehr pro Runde zu spielen und das sorgt dafür, dass ich auch schneller teure Karten spielen kann oder mehr Karten pro Turn. Und ich sehe da einfach, dass das Spiel dadurch schneller wird, weil ich schneller mein Board State aufbaue und dazu komme, zumindest eine gute Substanz auf dem Board zu haben. Das sagt natürlich noch nichts aus, dass ich meine Schlüsselkarten auch ziehe. Dafür brauche ich natürlich Card Draw, aber ich habe erstmal eine gesunde Basis an Mana, an verfügbaren Mana geschaffen. Das ist so erstmal meine Einstellung dazu. Ja. Ich habe jetzt bloß gerade nochmal geschaut. Dark Ritual ist nicht nur eine, keine Sorcery, es war damals sogar eine Interrupt noch schneller als Sorcery, noch schneller als Instant für die Leute, die das haben, es war Split Second, bevor Split Second ein Ding war. Ja, genau. Dann haben sie sein Mana Source geändert und dann als Instance. Naja. Ja, es stimmt schon in gewisser Hinsicht, aber ich finde jetzt das Problem an diesen Karten, und da müssen wir wieder in so eine kleine Mindset-Diskussion gehen, weil ich spiele alle von den Karten, die du da aufgeschrieben hast, in irgendeiner Hinsicht, aber ich habe einen Grund dahinter und ich glaube, das ist ein wichtiger, äh, ein wichtiger Unterschied und damit meine ich nichts, oh, äh, ich bin ein, ich, das macht mein Deck besser, sondern, nein, die Land Hacks und Explorations sind in einen Landfall-Deck dediziert, so wie auch meine, äh, wo ich auch unbedingt meine Fetsches haben möchte, wo es vielleicht in anderen nicht der Fall ist. Äh, der, das, ähm, Dark Ritual ist ein Deck, das relativ viele Zauber in einer Runde casten möchte, ähm, und, und so, und so weiter. Die, weswegen diese Karten in Decks gepackt sind, wo sie zum Problem werden oder wo sie das Spiel, ähm, negativ beeinträchtigen, finde ich, ist, wenn man nicht hinterfragt, weswegen man was drin hat. Also quasi, weswegen spiele ich ein Ancient Tomb? Naja, ich spiele ein Mono-farbenes Deck und, ähm, brauche, äh, in Weiß und brauche jede Art von Hilfe oder die erlaubt mir einen Weathered Wayfinder als One-Drop zu spielen. Ich möchte einen guten One-Drop und gleichzeitig meinen, äh, meine Turn Order beeinschränken, dann ist so ein Ancient Tomb auf einmal eine ganz wichtige Karte für sowas, ohne, äh, tatsächlich aus dem Casual-Bereich rauszukommen. Ja. Gerade, du hast, du hast Land-Tags angesprochen, die spiele ich auch. Ich spiele die in meinem Mono-weißen Heliot-Deck, einfach, weil Heliot mir, äh, nicht viel Ramp, äh, beschert. Und da ist Land-Tags einfach ganz cool, ähm, immer genug Länder auf der Hand zu haben, meine Bib zu filtern und die Länder, die ich irgendwann nicht mehr brauche, einfach abzuschmeißen, ne, und da spiele ich auch ganz gerne. Nö. Ja, auch da ist wieder, also, es spricht ja nichts dagegen, auch Casual-Rides zu spielen, also auch rote Riten, alles Mögliche. Der Unterschied liegt halt da drin, was man damit macht. Also, wenn ich jetzt mal in einem Zug zwei Rides spiele und mit dem Mana dann in drei Spielen drei unterschiedliche Sachen, äh, aufs Feld bringe und es mir in den nächsten zwei Zügen halt irgendwie was bringt, okay, cool. Ähm, aber da ist halt, wie ich vorhin schon gesagt hab, wenn ich jetzt gezielt drauf hinarbeite, dass ich meine drei Rides hab und dann knallt's halt jedes Mal richtig und zwar auch dann wahrscheinlich mit sehr, entweder mit sehr ähnlichen oder sogar den gleichen Karten, das ist dann halt, also das ist nicht mehr, das halt, das wäre dann vielleicht noch Focused Casual, aber eigentlich ist, finde ich's nicht mehr Casual. Ähm, auch da wieder, das muss halt alles aufeinandertreffen. Ich hab zum Beispiel auch Ancient Tomb, also die zieht dir ja zwei Leben ab, wenn du sie benutzt für zwei Mana, das ist vollkommen okay. Ich hab auch nichts dagegen, die in Decks zu benutzen. Ich hab die zum Beispiel in meinem Brian Stout Arm Deck drin, weil da kann ich das ja wieder ausgleichen. Also ich hab, wie du gesagt hast, Freddy, ich hab da einen Gedanken dahinter, weil mein Commander Lifelink hat, ist es für mich nicht so schlimm, Mana-Quellen zu spielen, die andere Leute vielleicht auf gefährlich niedrige Lifetotals runterbringen, weil ich hol mir das ja mit der Zeit wieder. Und grad, wenn man dann so diesen Plan verfolgt, ich bleib jetzt mal dabei, bei Brian Stout Arm zum Beispiel, okay, Ancient Tomb, Mana-Crypt oder so, das mag mir was abziehen, aber ich kann dadurch meinen Commander schnell spielen und dann krieg ich auch immer wieder Leben zurück. Und das ist, im Endeffekt, hab ich immer noch nicht das beste Mana von allem und ich gewinn dadurch auch nicht automatisch, aber ich hab eigentlich nur einen Zustand hergestellt, in dem ich die die Negativseiten von den beiden Sachen wieder mit meinem Commander ausgleichen kann. Und wenn der nicht da ist, dann verliere ich einfach nur massiv Leben. Also es ist jetzt noch kein Ausbruch aus dem Casual. Genau, am Ende vom Tag spielst du immer noch Brian Stout Arm. Exakt. Du hast vielleicht getunt wie ein Bugatti, aber es ist immer noch ein Polo. Nein, das ist schon ein Bugatti, aber Brian Stout am Feldinhalt und der fährt sonst nur so ein Rasenmäher-Bulldog. Ja, vielen Dank. Sehr coole Einschätzung. Ich glaube, da sind wir schon auf einer Wellenlänge, würde ich fast behaupten. Also ich bin mit den auf jeden Fall fein, mit den ganzen Ramp-Kategorien, die wir da jetzt hatten. Ich habe übrigens noch nur kurz eine Sache. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du vorhin gesagt hast, ja in deiner Playgroup, da gibt es manche Leute, die sagen dann, die knirschen schon eher mit den Zähnen und sagen, ja eigentlich ist es nicht mehr casual, was du da machst. Vielleicht, weil sie Erfahrungen damit haben, weil sie wirklich oft gegen bestimmte Stacks spielen. Seid offen in alle Richtungen, wenn ihr das jetzt hört. Wenn euch das jemand sagt, tut es nicht gleich ab. und wenn ihr das Gefühl habt, dass das bei jemandem anderem so ist, könnt ihr das auch einfach sagen, weil es gibt einfach diesen psychologischen Effekt, dass man optimiert, 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 manchmal absolut ohne, dass man eine böse Absicht hat und dann landet man halt irgendwo, wo man dann plötzlich auch nicht mehr so richtig in die eigene Playgroup reinpasst, wenn die nicht mitzieht. und das ist ja was, was man oft gar nicht will, weil es gibt genügend Spieler, die sagen, ich spiele einmal in der Woche oder vielleicht nur einmal alle zwei Wochen Commander und ich möchte dann nicht noch irgendwie 40 Excel-Listen nebenbei aufhaben, um alle meine Ritual-Mana zu tracken und dann meinen Sieg ordentlich eintragen zu können, sondern ich möchte einfach coole Situationen erleben, vielleicht auch meinen Precon mitnehmen, vielleicht mein Lieblingsdeck, da habe ich jetzt zwei neue Karten drin oder so, ich würde die gerne ausprobieren, aber seid auf jeden Fall offen und wenn euch das jemand sagt, hey, ich glaube nicht mehr, dein Deck ist gerade einfach zu stark für unsere Decks, dann guckt da einfach mal drauf und nehmt das auch nicht als persönlichen Angriff, weil man übersieht es einfach oft. Ja. Ja. Aber ich meine, die Frage, weswegen man eben Ramp so als casual, non-casual gerne einstuft, ist eben, weil Mana ist, Länder sind teuer, das ist halt was Großes und es gibt ja noch eine andere Art von Mana Rocks, mit der die Leute sich eben nicht zurückhalten, also quasi, die weg geht von der Exploration und Land-Hacks-Karten mit einer größeren Purpose. Ne? Schuld Lotus zum Beispiel. Absolut, ja. Null Mana-Artefakt, man kann's cracken für drei Mana und darf die Mana zwar nur verwenden, um den Commander zu casten. Tja, verbindet das jetzt in den Rograk Tevesh-Sat-Deck zusammen mit einem Ritual und, oh, ihr habt einen Turn 1 Tevesh-Sat. Turn drei klaut ja alle Commander von allen Gegnern, auch wenn sie nur nicht mal gecastet haben. Tja, ist ein guter Fall, finde ich. Also schön, dass du ihn auf die Liste gepackt hast. Ich glaube, über den Schul-Lotus kann man gut streiten. Ja, ich glaube, es gibt schönere Spiele-Momente als die, die Freddy da gerade beschrieben hat. Besonders, wenn man derjenige ist, der sein Commander abgeben muss. Ja, aber genau, die habe ich extra ganz provokant reingepackt, diese positiven Mana-Rocks. Ob wir jetzt von Solring, der ja schon relativ entspannt ist, weil er mittlerweile kostengünstig ist, in jedem Precon schon drin ist, das hat sich irgendwie so eingeschlichen, dass man sagt, okay, den akzeptieren wir, der ist salonfähig geworden. Es gibt aber auch positive Mana-Rocks wie ein Crow-Mocks, eine Mana-Crypt, den Jeweled Lotus, den ihr gerade beschrieben habt, die sind sowohl vom Euro-Value relativ teuer und die machen auch sehr viel schon im Spiel. Und ich spiele die auch in einigen Decks, habe dann festgestellt, dass, wie du es gerade beschrieben hast, Jochen, dass man doch schon recht merkwürdig angeguckt wird und um das zu vermeiden, habe ich dann auch so einen Jeweled Lotus wieder rausgepackt. Ich hatte Jeweled Lotus beispielsweise in meinem Vito-Deck drin, in meinem Mono-Black-Deck, einfach um den schnell spielen zu können, einfach mal, in meinem Sauron-Deck und habe dann festgestellt, als ich den wirklich auch verhandelten Jeweled Lotus und den ausgespielt habe, war ein cooles Erlebnis für mich, aber in der ganzen Gruppendynamik am Tisch war das nicht so gern gesehen in diesem Format. Und ich habe den dann auch recht zügig gecuttet und habe es dann durch einen entspannteren Mana-Rock reingepackt. Ich mag zum Beispiel Chromatic Lantern ganz gerne, einfach, die fixt mir meine Farben, kostet drei Mana und generiert jedes Land Mana in der Farbe, die ich benötige. Das macht es relativ entspannt, das funktioniert auch. Ja, deswegen habe ich die ganz provokant reingetan. Ich glaube, da kann man wirklich darüber streiten, ob man die spielen möchte. Ich habe die Karten dann rausgenommen und habe sie jetzt in meinem Tivit The Secret Seller CD-Adeck. Ich glaube, da gehören sie rein. Ja. Genau. Ja. Ja, was haben wir noch für eine Kategorie? Ich habe einfach mal um das Wort. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Chewed Lotus, weil da sollte man nicht einfach so drüber gehen, weil der ist tatsächlich eine Karte. Ich weiß nicht, was Freddy gleich dazu sagen wird, aber für mich ist der Chewed Lotus eine Karte, der ist auf keinen Fall zufällig in deinem Deck. Und das ist für mich wirklich ein Anzeichen, dass jemand auch den Willen hat, über so das, was man gemeinhin als Casual bezeichnet, rauszugehen, weil ein Chewed Lotus, der kommt mir ja nicht einfach so auf die Hand und dann kann ich mal meinen Commander damit spielen, weil dafür ist der viel zu eng und solche engen Karten, die nur so eine ganz geringe, aber sehr starke Nische bedienen, die muss man ja supporten. Das heißt, die Karte ist komplett nutzlos, wenn dein Deck nicht entsprechend ausgerüstet ist dafür und das heißt, der Chewed Lotus ist also im Grunde die Spitze von dem Eisberg, woran du erkennst, dass unter den Wellen kein Casual Deck mehr ist, sondern eben eins, dass es knallhart darauf abgesehen hat, wie ich ja ganz am Anfang gesagt habe, konsistent seine Strategie zu verfolgen, koste es, was es wolle. Das ist nicht schlecht, aber es ist halt so. Genau. Weil, ich sag mal, vor allem mit 4 Mana-Commandern fällt das halt sofort auf, weil Schuld Lotus plus ein Basic Land ist dein Commander Turn 1. Und meistens haben die Komm-Commander heutzutage machen die Mechanik, ziehen die Karte und sowas und das filtert das ja wieder raus. Also, insbesondere der Schuld Lotus ist so eine, du nimmst die nur in dein Deck wirklich, wenn dein Commander wirklich sehr stark was damit machen kann und dann solltest du ihn wahrscheinlich nicht spielen. Ich glaube, und ich bin jetzt halt auch nicht so sehr gegen Fast Mana. Ich bin ja sogar ein großer Verteidiger von Solring, weil viele Leute sagen, Solring ist doch eine Karte, die viel zu stark ist. Wenn die Mana-Crypte heute rauskommen, würde sie doch gebannt werden. Und Solring hat eine Geschichte. Ja, hat sie. Aber ich finde halt ein Fast Mana-Piece macht das Spiel interessanter, weil jeder hat die Chance, mehr oder weniger das zu ziehen und halt halt einen schnüllen Start hinzulegen. Das heißt aber, andere Decks sind darauf auch ausgelegt, so Turn 2, Turn 3 zu interagieren, vielleicht mal statt immer einen Mana-Rock zu legen. Ohne so eine Karte wie Solring, glaube ich, würden wir noch mehr zwei Mana-Ramp-Karten spielen. Wenn nicht jemand, weil dann wird halt der Stellenwert von niedrigeren Drops und niedrigerer Interaktion ein bisschen auch gleichzeitig mit fallen. Und ich finde, es macht halt eine schönere Dynamik, wenn wir halt von Turn 1 anspielen, statt Turn 4 anfangen zu spielen. Ja, absolut. Ja. Da ist halt die Dosis macht es auch nicht unbedingt aus, weil Jochens Brian Stout am Deck, das hat die Steroide auf Wish bestellt. Es hat eine Mana-Crypt, ja. Ich werde auch jede, ich habe die, die war in, in welchem Masters war es? Ja, Double Masters. Ja. Double Masters. Genau das. Aber, wo es halt zum Problem ist, ist diese Konsistenz, wo ich eben vorhin angesprochen gehört. deswegen, man kann die Mathe sehr leicht machen, wenn jede Person ein Sollring hat, dann hat es, glaube ich, jedes vierte oder jedes dritte Spiel fängt mit einem an Turn 1. Wenn jeder zwei Pieces spielt, dann ist es jedes eineinhalb, also, steigt die Chance schon fast auf annähernd 70%. Und das ist halt wirklich, dann sind, dann spielen wir halt wirklich mehr Spiele, die wirklich so ausarten oder halt mit so einem starken Start anfangen, anstelle von dem eigentlichen Casual-Bereich. Also, die haben einen sehr starken multiplikativen Wert und deswegen sollte man mit Fast Ramp wirklich aufpassen. Einer ist gesund, zwei vielleicht noch, bei drei bitte überdenkt's mal. Genau, da muss man, aber auch da muss man nochmal den Jewel Lotus hervorheben, weil der Jewel Lotus, es ist ja noch was anderes, wenn ich mir zwei farblose Mana machen kann, das ist nett und es ist auch in sehr vielen Fällen sehr gut, aber drei farbige Mana für meinen Commander ist ein kompletter Unterschied zu, ich kann jetzt einen Mindstone spielen früher oder ich hab halt mein Centerpiece, also das Herzstück von meinem Deck einfach super schnell auf dem Tisch liegen. Und so ein Mindstone, der eskaliert halt auch nicht sofort in alle möglichen Richtungen, aber ein Jewel Lotus ist dazu gedacht, um sofort in alle Richtungen zu eskalieren und das ist ein, das hebt den schon sehr heraus von allen anderen Fast Mana Stücken. Ja, vielleicht hab ich dann auch abschließend eins zu sagen, ich hab ja gesagt, ich hab's leidlich selbst erfahren müssen, was es heißt, dann auch mal mehr von diesen Rocks zeitgleich zu spielen, sodass ich wirklich ein Chromox auf der Hand hatte, den ausgespielt hab, bei Jeweled Lotus wurde ich dann merkwürdig angeguckt und ich hab mich gar nicht mehr getraut, die Mana Crypt, die ich auf der Hand hatte, in dem Spiel auszuspielen, ich hab sie auf der Hand gelassen einfach und ich glaub, das ist dafür bezeichnend, dass da was schiefläuft in dem Format dann auf diesem Level, ja, ich glaub, das kann man abschließend dazu sagen. Ich würde jetzt aber auch mal ganz frech sagen, dass deine Hand in dem Fall keine Casual Hand war, würde ich jetzt wirklich nicht, das ist ja auch kein Problem, also ich hab auch wirklich nichts gegen Spiele mit hoher Power, aber das ist halt so ein Ding, man kann ja seine eigene Hand lesen, die anderen sieht man ja nicht und dann muss man halt auch erkennen können, wenn man jetzt keine Casual Hand hat, also da sieht man ja auch, das wird kein gemütlicher, normaler, in Anführungszeichen normaler Casual Commander Start, sondern da kracht's halt ab Runde 2. Ja, absolut. So, aber dann, das Spiel wird schneller, oder es geht ja, jetzt hat es die Frage, wie Geschwindigkeit und, ich sag mal, Geschwindigkeit und der Casual Aspekt aneinanderhängt in dieser Folge und du hast Draw aufgeschrieben und Tutoren unter Draw gelistet. Ja, ich hab das einfach mal so ganz grob da einkategorisiert, ich glaube, dass Tutoren quasi auch wie Draw ist, ne, wenn ich einen klassischen Tutor hab, ich spiel den, ich hab ne Karte, ich reduziere meine Hand um eine Karte, ich suche mal eine gezielte Karte raus, die ich gerade brauche und ich glaube, selbst wenn man da nicht im Combo, auf dem Combo-Level ist, sondern ich suche mal gerade explizit die Karte raus, die mein Spiel schneller macht oder die Karte, die mein Spiel gerade benötigt. Ob es jetzt eine Infinite-Combo ist, ob es jetzt das Schlüssel-Piece ist, um das Spiel zu gewinnen oder einfach nur ein Stück, um wieder mithalten zu können oder mir einen Vorsprung auszubauen. Und deswegen zähle ich Tutoren einfach als Draw mit und als Spielbeschleuniger. Genau. Ich glaub, das ist meine Meinung dazu. Ja. Ähm, tatsächlich sind viele der sehr starken Draw-Karten sogar teure Karten im Sinne von Mana-Value. Also ich mein, ich sag auch, sowas wie ne Rhystic Study kostet immer noch drei Mana zum Spielen. Sie sind jetzt halt raus vom Ein-Mana-Zwei-Mana-Bereich. Ähm, aber das Problem an Draw ist halt, jeder Stack braucht eine Art von Ressourcen-Loop und der einfachste Ressourcen-Loop ist Karten zu ziehen. Also es ist wirklich einfach. Es ist einfacher als irgendwelche Reanimate-Plays aufzusetzen oder Kombos oder kleine Loops oder die gleichen Karten zu machen. Draw ist quasi der einfachste Weg, Ressourcen, ja, seine Ressourcen weiter zu verwenden. Wer einfach mehr Ressourcen hat, der kann auch mit drei Leuten mithalten. Ja. Ich hab nur auf der Liste gesehen, also du hast ja uns immer schön viele reingepackt. Auch wenn viele Leute stöhnen werden, wenn man an Rhystic Study oder so denkt, finde ich, also damit kann man leicht umgehen. Freddy hat's auch schon gesagt, das kostet immer noch drei Mana. Auf der Liste ist auch die Mystic Remora und die würde ich schon wieder sagen, die ist schon wieder was für Füchse, die sich genau ausrechnen, was das Spiel für sie bringt und da geht, dann siehst du nämlich auch wieder, wo der Rhystic Study geht, weil wenn du ein blaues Mana und kumulativer Abkipp von eins und du ziehst halt wirklich bei fast allem außer die Zahlen vier. Also es ist schon mal noch ein Unterschied zu Rhystic Study, es kommt viel früher und auch das ist eine Karte, wo ich sagen würde, diese Decks spielen das ja nicht irgendwann, weil dafür ist dann, das wäre mir auch zu blöd, da brauchst du sie auch nicht in deinem Deck, wenn du sie irgendwann spielst, sondern das ist halt so eine Karte, alles was da drauf steht, was da drauf gedrückt wird, erfordert eine abgestimmte Strategie und die würde ich sagen, ist dann auch, die geht sehr schnell von Casual weg, ich würde sogar sagen, das ist auch ein starkes Anzeichen dafür, dass man kein Casual Deck mehr vor sich hat. Damn, da werden einfach meine Decks gedisst, weil ich Mystic Remora in fast jedem Spiel. Nein, ich finde das, das ist absolut cool, aber ich finde tatsächlich, Mystic Remora ist ein starkes Anzeichen dafür, dass man nicht einfach ein gemütliches Casual Deck vor sich hat, weil da jemand die Mathe gemacht hat. Ich fühle mich auch so ein bisschen auf den Fuß getreten, ich kann mitfühlen, Freddy. Ich habe die selber in manchen Decks. Ich spiele die auch sehr gerne in den Decks, einfach weil die mir Card Draw beschert, gerade wenn ich die in frühen Runden spielen kann, da sind die Gegner gar nicht in der Lage, diese vier zu zahlen. Ich ziehe einfach und was ich nicht brauche, schmeiße ich ab. Mystic Remora sagt natürlich auch, umso länger die liegt, umso teurer wird die. Irgendwann kann ich sie mir nicht mehr leisten oder möchte die mir nicht mehr leisten, weil die mich sonst selbst in meinem Spiel ausbremst. Ich habe diese Karten ganz provokativ mit reingebracht. Ich frage mich gerade, Jochen, wenn du sagst, wir bewegen uns nicht mehr im Casual, ist dann die nächste Abstufung bei dir sofort CDH oder wo? Also wie würdest du das dann einruppieren? Nee, tatsächlich bin ich, ich habe so für mich immer noch diesen Zwischenstritt, wo man auch darüber diskutieren kann, aber dass es Casual gibt, dann gibt es dieses fokussierte Spielen, das dann in stark fokussierte Spielen und da kann man sagen, okay, dann bleibe ich einfach auf diesem High Power oder, weil CDH heißt ja nicht einfach nur, es ist stark, sondern CDH hat ja eine eigene Meta, da muss man einfach anders spielen und das ist auch vollkommen okay. Deswegen finde ich auch nicht, dass das immer ganz oben auf dieser Skala stehen muss, als das ist das böse, absolut stärkste. Das ist halt eine andere Art zu spielen, aber man bewegt sich halt drauf zu und ich finde, weil alles, was ihr gerade gesagt habt oder was du dann auch noch gesagt hast mit ja, okay, am Anfang können die Gegner ja nicht viel bezahlen, deswegen ist es so, Karten, die so ein elaboriertes Gedankenkonstrukt voraussetzen, wo man sich wirklich, das habe ich gerade gesagt, wo man sich hinsetzt, mal kurz die Matte macht und sagt, okay, ich kann mir das drei Züge leisten, dann habe ich so viele Karten, das ist absolut geil, das ist halt aber auch, um mal Freddys Mindset von vorhin wieder aufzugreifen, dann bist du halt auch nicht mehr in so einem Casual-Mindset drin, sondern du bist halt wirklich der Tüftler mit dieser verrückten Wand mit den roten Fäden, während jemand anders sich einfach hinsetzt und sagt, ja, ich spiele mal eine Rhystic Study, ich gucke einfach mal, was passiert, weil ich habe auch nichts, was damit gemacht wird, mit Zug 3, also wenn man die einfach nur im dritten Zug spielt, können die Gegner theoretisch auch schon dafür bezahlen und Mystic Remora ist nicht so. Don't feed the fish, kann man da glaube ich so sagen. Aber, ich finde es einfach super interessant, Mystic Remora wird sich ja hier als Drawkarte bezeichnet, ich habe sie in meinen Decklisten nicht unter Draw, ich habe sie als Interaction, weil für mich ist, ich spiele die Karte, weil sie mir nah an der Silence dran ist, ich will das, um einen Turn Ruhe zu haben von den Storm-Spielern, vor den Spölzlinger-Spielern, vor den, äh, vor denen, die mein Board bedrohen, wenn ich weiß, da kommt demnächst ein Boardwipe, oder ich bin sogar die Person, die den Boardwipe macht und die Leute müssen aufbauen, dann kann ich das als Absicherung machen, um mich von dem Boardwipe mehr oder weniger zu erholen. Für mich ist das, ich spiele sie nicht, weil sie mir einen Haufen Karten zieht, ich spiele sie tatsächlich einfach um andere Leute auszubremsen mehr. Das ist ein interessanter Ansatz, ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, in welcher Playgroup man unterwegs ist, weil ich habe den Aspekt so noch nie gehabt, für mich war es immer ganz klassischer Draw, weil ich gar nicht den Fokus da hatte oder das benötigt hatte, dieses als, als, ähm, ja, Protection Piece zu sehen, weil ich gar nicht in meiner Playgroup Storms Spiele habe und dergleichen, ne, also da war es nie so, dass ich sage, okay, ich muss euch ausbremsen, spielt bitte nur eine Karte, sondern, da war es für mich immer klassischer Draw, aber sehr interessanter, äh, interessanter Ansicht dahinter, ja. Deswegen bin ich auch nicht sauer, wenn ich eine Mystic Remora zwei Runden liegen habe und sie zieht mir keine einzelne Karte, ich hab, sie hat ihren Job für mich, in meinen Augen hat sie es schon gemacht. Ja, und da bin ich aber trotzdem wieder beim Unterschied, jemand, der nämlich Casual spielt, wäre dann ziemlich sauer, weil er ja offensichtlich was gespielt hat, was, da steht Draw drauf, das ist, ich gehe jetzt mal wirklich vom Most Basic Experience, die es gibt, aus, wenn das jetzt, wäre das in einem Precon drin, würde das jemand aufmachen und sagen, okay, das zieht mir also Karten und würde sagen, das funktioniert ja überhaupt nicht, der Scheiß, das, das passiert ja nichts und ja, es passiert nichts. genau, aber die Überlegung ist schon ein Schritt weiter als Casual, weil Leute, das ist halt wirklich, also vielleicht, ihr könnt es auch in den Kommentaren mal schreiben, vielleicht bin ich da jetzt zu nah am, am einfachen, am einfachen Volk, das von Mystic Remoras geknechtet wird, ich glaube, man wird nicht wirklich geknechtet davon, aber es ist halt, Karten so zu spielen, wie die, was, wie der Text, der auf ihnen steht, das sagt, das ist nicht nur das, wie Magic funktioniert, sondern das ist auch erstmal das, was ich von Leuten, die einfach nur Bock haben, was zu machen und das zu spielen, Precon Level und ein bisschen drüber und halt gesetteltes Casual, ich benutze es jetzt einfach mal so, das ist, was ich da erwarte und Leute, die gedanklich durch 84 Reifen springen, sind in ihrem Mindset schon weiter. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, vielleicht würde ich nochmal zwei andere Karten, die ich als Draw-Karten bezeichnen würde, wenn es für euch in Ordnung ist, wenn wir das abgeschlossen haben mit der Mystic Remora, da würde ich sagen, das grenzt so ein Stück weit, geht in die Richtung Group Hack und auch ein Stück weit nicht, ich würde einfach mal Holding Mine ins Gespräch schmeißen und ergänzend Giggs, Jugmorphs, Prater, einfach eine Karte, die sagt, jeder zieht eine Karte, wenn man Kampfschaden gemacht hat, also das sorgt einmal dafür, dass jeder Card Draw hat, der Schaden gemacht hat und es sorgt dafür, dass das Spiel schneller wird. Ich glaube, das ist so ein Synergie-Effekt, der allen, ja, den es allen zugute kommt, das Spiel schneller macht, man bekommt Schaden und man zwingt seine Mitspieler oder auch seine Gegner höflich dazu, einfach mal in den Combat zu gehen und nicht einfach nur sich hinter Mauern zu verschanzen, sondern aktiv das Spiel zu gestalten und das finde ich sehr gut. Ich würde mal eure Meinung dazu wissen, wie ihr die beiden Karten seht, wie ihr dazu steht. Willst du, Freddy, zuerst? Ja gut, dann mache ich es. Für mich ist es einfach, alles, was die Leute animiert, dazu schneller zu spielen. Es ist ja genau der Unterschied zwischen schneller spielen und ein Casual-Spiel. Es muss ja nicht, wir dürfen mit starken Karten spielen. Gigs ist stark. Wir wollen ja sogar sehr starke Karten, äh, Sachen machen. Von deinem, ist im nächsten Thema, worauf wir eingehen, würde ich zum Beispiel sehr stark dagegen tendieren, dass das, dass es nicht casual ist. Aber, ähm, für mich ist sowas wie den Gigs oder den Howling Mine super gut, äh, super gut dafür, ähm, wenn, wenn man es mit dem Plan verfolgt, natürlich, weil, äh, so Zeug einfach random reinzuhauen, führt meistens dazu, dass die Person, die den größten Plan davon hat, einfach immer das Spiel nimmt und an sich reißt. Ähm, aber, äh, es ist gut. Einfach, deswegen finde ich, ist Turncount einfach keine gute Metrik und, äh, gerne Schaden verteilen, gerne Spiel interaktiv gestalten, gerne Druck aufbauen, weil, äh, er Sieg ist auch schöner, wenn er erkämpft worden ist. Ja. Ich finde, äh, Gigs persönlich, auch wenn es natürlich, äh, das absolutes Anna-Thema zu allem ist, wofür ich lebe und atme, äh, ist es trotzdem von den beiden die interessantere Karte, weil der Gegner hat ja die Wahl, sie können auch einfach nichts machen. Man kann theoretisch gesehen dem Schutzgeld Erpresser und Mafiosi auch immer voll aufs Maul geben, wenn man keinen Bock drauf hat. Howling Mine, ähm, ist so ein, also für mich, also reiner persönlicher Erfahrung, ist eher so ein Fall, man sieht das ab und zu in Decks, gerade auch, wenn Leute mal so ihr erstes Grouphug-Deck und so ausprobieren, das fliegt aus, ähm, das fliegt aus vielen Casual-Decks, war zumindest bei meiner Erfahrung, schnell wieder raus, weil es, äh, die Person stark befördert, die sowieso am stärksten ist und man dann merkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so cool, was da gerade passiert, ähm, oder man bemerkt, okay, und den Weg gibt's auch, ich baue schon ganz schön viel drum rum, dass ich, dass ich eben genau das, was die Howling Mine will, nämlich, dass sie ungetappt ist, umgehen kann und da sind wir wieder bei der Gehirn-Akrobatik, man kann zum Beispiel mit Ursa, äh, kann man ganz, ganz schlimme Howling Mine-Dinge tun, wenn man das will, ähm, dann geht es halt nur noch für einen selber, aber Ursa selber würde ich jetzt auch nicht als Casual bezeichnen, deswegen, in dem Fall ist es wurscht. Geiler Seth Prismari, ja auch nicht, aber es gibt schon, es gibt schon Decks in den Howling Mine, ganz lustig sein kann, aber, lustig ist es sogar oft, finde ich, äh, ich hab nur selber festgestellt, dass Leute, die es einfach so reintun und sich nicht so viele Gedanken drüber machen, außer ja, okay, man zieht halt jeder eine zusätzliche Karte, dass die es auch dann irgendwann wieder rausgetan haben, weil, es befördert halt oft den Stärksten und das ist man nicht garantiert selber, wenn man die Howling Mine hat. Hm. Ja, ja, interessante Einschätzung, auf jeden Fall, ja. Genau, dann hätten wir als nächstes noch, was du gesagt hast, Burn als nächster Aspekt, der irgendwie zu Casual Konflikt führen würde. Ich würde die Kategorie, weil da ist viel, ähm, Schadensverdoppelung drin, wie City on Fire und Entfesselung der Feuer macht und, ähm, Torbran, der halt Mana auf zwei setzt, dann ist da Mana Babs drin, über die ich nochmal separat, glaube ich, reden möchte, aber ich würde auch unter den gleichen Doppeln, ähm, erneute Procession und Doubling Season und sowas reinpacken, weil, Aktionen verdoppeln geht ja mehr oder weniger in eine ähnliche Richtung und viele der Karten, die halt so, hey, es beschleunigt das Spiel im Sinne von, es macht mir Schaden, wird von den gleichen Verdoppelungseffekten ausgelöst. Also ich glaube, da hat man ja eh nochmal eine größere Diskussion wegen, äh, in der Community, als Oja Tuck rauskam mit den verdreifache alle Tokens, der weiße, äh, Kater Gott aus, ähm, Ixalan, oder was auch immer das ist. Ähm, ja, und ob es überhaupt sowas braucht. Also quasi, wo ist der, wo ist der Mehrwert davon? Ja, also ob es, ob es Oja Tuck braucht, kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn mir aber auch gegönnt für mein, für mein Urza-Deck, für das, ähm, Urza-Espard-Deck, was Konstrukte macht. Natürlich braucht es den nicht und wenn man den spielt, hat man sofort die Zielscheibe auch für Stirn, auf dem Rücken, auf der Brust, überall, ne, genau wie Enointed Position, da braucht man nicht drüber reden. Wenn man die Karten ausspielt, Doubling Season, ähm, dann weiß man aber, was man da tut und auch dann muss man wieder ein klares Ziel verfolgen und da muss man schnell werden, weil dann hat man ganz zügig auch drei Spieler gegen sich, man hat Removal auf, äh, auf sich gezielt und, ähm, ja, da muss man dann agieren. Ähm, du hast gerade den Burn-Aspekt, mit den Verdoppeln und, ähm, in der Entfesselung der Feuermacht, City on Fire, ähm, Mana Babs, die habe ich extra damit reingenommen, Mana Babs, die durfte ich letztes Mal endlich mal ausspielen und hatte dann auch noch mal so einen Schadensverdoppler in Rot in meinem Magda Deck und Mana Babs sagt ja eigentlich aus, für jedes Land, was getappt wird, schießt, äh, Mana Babs dir einen Schaden. Wenn du irgendwie Torbran hast oder, oder City on Fire, dann, dann wird es einfach doppelt so viel, weil es eine rote Quelle ist und auch ich hatte dann von allen Seiten ein Fadenkreuz überall bei mir, aber es hat das Spiel sehr, sehr lustig gemacht, also es war kein salziges Spiel, weil einfach jeder davon betroffen war und auch ich war davon betroffen, nicht ganz so stark, jetzt muss man sagen, ich, äh, war im Verruf, weil ich mit Magda, äh, Treasures generiert habe und mit Mainzwergen, aber auch ich habe Schaden genommen von, von den Ländern, die ich getappt habe und das hat das Spiel sehr lustig gemacht, aber um da wieder den, den, äh, anknüpfenden Punkt zu bekommen, das hat das Spiel sehr, sehr schnell gemacht und da waren wir trotzdem auf dem Casual Level, weil das war, war entspannt, ne, das war jetzt nicht Overpower, das war für alle gleich gut oder schlecht und, ähm, ja, es hat mir sehr gut gefallen, Purphoros God of the Forge macht ja auch das Ähnliches, ne, schießt auch zwei Schaden, wenn eine Kreatur reinkommt und das sind so Sachen, das macht das Spiel recht zügig, finde ich, äh, also der gesamte Burn-Aspekt mit, mit Doppelern und so, ja. Ja, also, ich finde, du zuerst, Freddy. Ich finde Verdopplung und, ähm, sowas auch einen sehr großen Casual Aspekt, weil die Karten finden, außer halt nicht wirklich ein Heim, muss man sagen und, ähm, naja, es ist halt trotzdem, haha, ich mach jetzt das Ding zweimal, ich mach das dreimal, ich bin auch ein großer Fan von Burn. Es ist doch ein wichtiger Aspekt von Magic und in, eben durch die 40 Leben ist es meistens gar nicht so einfach. Weswegen ich eben Mana Barbs so ein bisschen verwundert war, ist, weil die Karte ist genau das Gegenteil von, hey, spielt doch Exploration mit nen Gedanken. Mana Barbs ist genau ne Karte, die sollte nicht mit Gedanken gespielt werden. Dann ist sie vielleicht in diesem Bereich, weil, weil sobald du nämlich, äh, mit Mana Barbs und, ich sag mal, in den Torbrand-Deck, äh, spielst, erstens, deine Win-Rate wird fallen, ich als ewiger Torbrand-Spieler weiß das, ähm, aber es führt auch eben zu Spielen, die halt dann, äh, töte ihn, bevor er das, bevor er Eier legt, äh, resultiert und du musst dir den Ruf erst mal wieder, äh, wieder verdienen, dass du das, dass du jetzt wirklich auch Mana Barbs raust hast und dann nix mehr sowas machst. Aber das, äh, und gleichzeitig hast du noch den, äh, das zusätzliche, äh, aber, aber Mana Barbs ist es fein, wenn es halt einfach ne Random-Karte ist und deswegen tut es mir manchmal so schwer, das als Casual irgendwie da einzuschätzen, weil die Karte kennst du normalerweise nicht als Casual, die, das ist schon ne Deep-Dive-Karte, da, da muss dir schon jemand anders Bescheid gesagt, äh, Bescheid gesagt haben und ich bin mir da nicht zu, nicht zu sicher, weil natürlich kannst du auch ein cooles Spiel erzeugen, es gibt, es gibt auch Spiele, die super knapp waren mit einem Perforos, weil dann, haha, ich hab dir nen Token kopiert und dir gegeben, jetzt hast du fünf, äh, jetzt hast du fünf, äh, Devotion, die ich dir irgendwie erzwungen hab, jetzt ist er ne Kreatur, jetzt kann ich ihn klauen und bla bla bla, das ist alles schon passiert, aber ich würd die Karte trotzdem nicht als, äh, als Casual, oder ein, das ist aber immer ne Anzeichenkarte, weil man kennt's ja als Casual, ne? Ja, das stimmt, das hab ich auch erlebt und, ähm, Jochen wird vielleicht sagen, Sepp, du springst schon wieder durch drei Reifen, gerade in meinem Markterdeck, ne, das hab ich natürlich schon ganz, ganz gezielt mit Auge ausgespielt, ich wusste, ich hab Treasures da, ich weiß, meine drei Gegner, die müssen ihre Länder tappen, äh, die kriegen dann Schaden, ähm, ja, aber ich find, dass es auch trotzdem interessant ist, weil, wie du schon sagst, ne, viele Casual-Spieler kennen diese Karte gar nicht und dann liegt die da und, äh, kannst du mal vorlesen, was macht die? Jedes Mal, wenn ich ein Land tapp, krieg ich jetzt einen Schaden, ja, du kriegst sogar drei Schaden, weil ich hab noch was anderes auf dem Board liegen und, ähm, das ist ganz lustig und, äh, da würd ich gerne nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, deine, äh, Win-Rate ist enorm gesunken, ich stell sogar manchmal den Spielspaß und ein hartes Spiel, wo ich weiß, ich hab drei gegen mich, äh, in den Vordergrund, weil mir das gerade viel mehr Spaß macht, als vielleicht einen Sieg einzufahren, weil ich gerade mehr Bock da drauf hab, voll auf Konfrontation zu gehen und auch drei gegen mich zu haben, aber dafür ein cooles Spiel zu haben mit einem, mit einem Board, was einige, äh, ja verwirrt oder überrascht, weil sie die Karten vielleicht auch gar nicht kennen, ne, ähm, muss nicht immer so sein, aber ist hin und wieder mal ganz cool, ja. Okay, da würd ich mich jetzt weitaus, vielleicht, ihr könnt gern sagen, dass ich scheiße laber in den Kommentaren, um's mal so auszudrücken, aber wenn man Decks, die, wo man selber sagt, ich kenn das auch, also ich spiel die nicht gern, ich hab ein, zwei solche, wo man selber sagt, okay, das ist wahrscheinlich, dass ich der Arch Enemy werd, das ist die Herausforderung da dran, die sind, find ich, nicht casual, die kannst du casual auch kaum bedienen, weil dafür ist, einfach, die sind auch das Gegenteil von gemütlich, ähm, die würd ich tatsächlich kategorisch aus dem Casual-Bereich rausstellen, das ist nicht so, dass die übertrieben stark sein müssen, also die sind natürlich stark, weil du bist, wirst der Arch Enemy damit sein, die müssen auch nicht super Hals abschneiderisch sein, aber die sind für mich nicht casual, also das, da würd ich tatsächlich mal eine klare Grenze ziehen, weil man ja selber sagt, in der Intention beim Deckbau, okay, das ist jetzt was, das ist wirklich, da lebe ich für die Aufregung, der Feind aller zu sein und vielleicht trotzdem zu gewinnen und so ein Deck braucht ja dann auch einen viel härteren Schlag gegen die anderen, weil du das sonst nicht schaffst, niemand baut sich ein Arch Enemy Deck, das schwach ist, also das so tut, als wäre es der Arch Enemy und dann sofort zusammenfällt, was macht ja dann mir keinen Spaß, die anderen werden es dann schnell durchschauen und was ist das für eine seltsame Art von, das ist ja der komischste Hybrid aller Spiele, ein gezieltes Arch Enemy Deck zu bauen, das man dann runterpowert, das funktioniert ja nicht. Absolut. Und es gibt ja Effekte, also Mana Barbs ist halt vielleicht einfach ein sehr komisches Beispiel dafür, aber es gibt ja tatsächlich wirklich auch interessante Casual-Effekte, die in der gleichen Richtung sind, aber mir fällt da zum Beispiel, weil wir mit Torban reden, Citadel of Pain ein. Die macht im Endstep jeden Spieler eben Schaden für die Anzahl an ungetappten Länder, die sie haben. Das heißt, jeder möchte ja seine Länder immer tappen, egal was passiert, weil sonst fangen sie an, Schaden zu nehmen. Und das ist ja auch was, was zum Beispiel ziemlich stark ist. Sollten wir vielleicht mit Mana Barbs kombinieren, weil dann machst du es einfach unspielbar. Aber, aber, aber Citadel of Pain wäre zum Beispiel den Effekt, den würde ich definitiv, ich glaube, der löst das gleiche auf und den würde ich mehr in Casual sehen, weil da ist halt dann nicht die Intention, haha, ich mache eine Art von Stacks-Piece auf, sondern, hey, ihr könnt es gerne machen, ihr nehmt es halt ein bisschen Schaden, wenn ihr Mana offen lassen wollt, aber schaut, aber ihr könnt es auch einfach euer Mana tappen und schwinden lassen oder so, das sind alles solche kleinen passiven Boni. Ich denke, das ist, ich würde, glaube ich, eine schöne Revision. Übrigens in Anbetracht der Zeit sagen, dass wir die, die nächsten paar Sachen einfach ein ganzes Stück kürzer machen, ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, unser Punkt kommt ja raus. Also, wir machen es jetzt mal wie das Ruiz-Comedy eigentlich, wir sagen, das ist eine Signpost-Karte, daran kann man erkennen, das XY. Ich wollte nur noch einen Satz zu Purphoros, Purphoros bewegt sich in den Fokus-Bereich für mich rein, weil du dann sagst, okay, das ist der Kern meiner Strategie. Auch da wärst du ein sehr seltsamer Deckbauer, wenn dein Deck nicht mit Purphoros funktionieren würde und Purphoros bestäunigtes Spiel zwar, was ich sehr angenehm finde, aber natürlich sind Purphoros-Strategien anders und gezielter und schneller, als ich dördel einfach so vor mich hin. Ob ich jetzt Goblins oder Würmer oder weiß ich nicht, rote Kavus erschaffe, ist mir eigentlich egal. So spielt keiner ein Purphoros-Deck und ich glaube auch, Purphoros ist aus diesem Grund, würde der niemals in einem Precon als Commander auftauchen, weil das halt, ja, Casual-Land, Purphoros ist eine Straße schon abgebogen. Es muss nicht super stark sein, das Deck, aber es verfolgt eine sehr, sehr gezielte Strategie. Deswegen für mich auch eher nicht so casual, wenn auch nicht so kategorisch wie bei Arch-Enemy-Decks. Genau. Aber, genau, auch wenn die Zeit jetzt knapp wird, ich möchte nur über eine kleine Sache eben reden, weil es geht jetzt halt nur generell um die, weil wir haben jetzt kurz Stacks angeredet. Ich möchte einfach nur mal die Kategorien erwähnen, die dann eben noch dazu gemacht worden sind. Also sowas wie Slowdown, das Inverse ist eben die Slowdown. Board Wipes, Land Destruction, Stacks Pieces und Stormdecks? Oder das ist sonstiges? Das ist eine persönliche Meinung von mir, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zukommen. Okay. Können wir nochmal zeigen. Okay. Okay, okay. Sonstiges, da ist dann sowas wie Telepathie drin, wo jeder Spieler außer die Person mit Telepathie mit den Händen offen spielt. Hey, hier sitzt ein Telepathie-Spieler. Also ich hab's in zwei Decks drin, weil ich Telepathie noch von früher hatte und es lustig find. Ich hab noch nie ein Spiel gewonnen, in dem ich Telepathie draußen hatte. Ich finde aber, ganz kurz, wenn ich das noch zu sagen darf, ich finde Telepathie, ich hab auch schon mehrmals dagegen spielen müssen oder auch dürfen und es verändert die komplette Tischdynamik, weil jeder weiß, was ist da gerade offen und dann spielt man da nicht mehr so offen rein und also ich finde, das hat das Spiel komplett mehrere Male in eine Richtung verschoben. Man hat sich irgendwie Gedanken gemacht, eine Strategie, auf einmal liegt da Telepathie und alles ist anders und das ganze Spiel. Wenn da keiner irgendwie ein Enchantment-Removal hat, dann ändert das Spiel das auch nicht mehr. Also das, ja, finde ich enorm. Die Karte finde ich enorm, ja. Ah, ja. Genau. Aber jetzt frage ich dich einfach mal, wieso du diesen Slowdown-Aspekt jetzt hier so mit reingenommen hast. Jetzt gerade für die, für die Karte meinst du? Nein, nein, allgemein für Slowdown, also quasi was da dann Casual oder nicht Casual ist. Was ist zum Beispiel an Boardwipes nicht unbedingt als Casual, äh, weil, weil, einer der Common Consensus ist ja tatsächlich, dass mehr Boardwipes Casual sind und mehr Spot-Removal eher in die, äh, höhere Power-Schiene kommt. Also da habe ich tatsächlich bei den Boardwipes gar nicht da drauf jetzt geachtet, äh, ist das Casual oder nicht, sondern vielleicht die, die Unterkategorie, äh, die, die wir mitverfolgen wollten in dieser Folge, nämlich die Spielgeschwindigkeit und die habe ich bei den Boardwipes in, im Vordergrund gerückt, einfach aus den, den Erfahrungen, die ich schon in den Spielen gemacht habe und, ähm, ich spiele selber ganz gerne Boardwipes, wenn ich das als, als Lösung sehe, gerade nochmal ins Spiel zurückzukommen. Ähm, ich spiele aber auch nur dann die Boardwipes, wenn das Board sehr präsent ist, auf dem gesamten Tisch, dann versuche ich es zu eliminieren, wenn ich weiß, ich habe etwas in der Hand, um zügig ins Spiel zurückzukommen und das Spiel auch zügig zu beenden oder für mich zu drehen. Was ich gar nicht mag, und du hast gerade die Precons angesprochen, die neuen Precons sind ja, ich will nicht sagen, überladen mit Boardwipes, aber es ist schon sehr viel geworden. und wenn ich dann so ein Casual-Spiel spiele, vielleicht auf Precon-Level, vielleicht ein bisschen zehn Karten raus, zehn rein und da wird ein Boardwipe von Person A gespielt, dann von Person B, dann wieder von Person A und keiner hat aber Karten, um das Spiel zu beenden oder voranzutreiben, dann sitzen wir da zweieinhalb Stunden und ich denke mir so, boah, bitte spiel nicht den letzten Boardwipe, muss nicht mehr sein. Also, ich bin ein Freund davon, auch mal wieder alles auf Null zu setzen, aber da muss das Spiel vorangehen. Und wenn ich das einfach nur drei- oder viermal dadurch verlangsame, dann bin ich auch irgendwann genervt und sage mir, okay, jetzt sind wir am Slowdown-Punkt, wo ich dann auch irgendwann, ja, Conceeden ist nicht meine Art, aber wo ich mir so denke, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, einfach mal zusammenzuschieben, weil wir spielen hier alle, jeder Boardwipe alles weg und es gibt gar kein Spiel mehr, das mag ich nicht. Und deswegen war der Slowdown-Gedanke da die Spielgeschwindigkeit und nicht eher die Frage nach Casual, ja oder nein, sondern die Spielgeschwindigkeit habe ich dann im Fokus gestellt. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist was Wichtiges im Sinne von der ganzen Diskussion, weil am Ende, wir wollen ein schönes Spiel haben, aber es, deswegen sage ich, man darf auch mit starken Karten spielen, weil es wird sehr häufig darauf so ausgemacht, hey, die Karte ist gut, deswegen ein Spielsinn hat. Wir sollten alle mit 80 Grey Ogern im Deck spielen und nur 20 Ländern, damit wir die nicht zu konstant ziehen. Ähm, 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 cooles Deck. Ja. Ist illegal, aber sonst ganz nett. Ja. Ähm. Und Mana-Buds drin. Genau. Ähm, deswegen geht's eben, äh, geht's halt eben darum, wie macht man ein angenehmes Spieltempo und genauso was wie Boardwipes, finde ich, ist ein interessanter Aspekt in denen, weil, ähm, die, Spiels, mit Intention spielen, ist, glaube ich, mein großer Punkt von dieser. Äh, ich spiel, eins meiner, ein sehr schnelles Deck von mir, spielt, sage und schreibe, neun Boardwipes. Es spielt auch endlos viel Indestructible, Dinge, die permanent Indestructible geben und, äh, ich will die Boardwipes haben. Ich will ja den freien Brand haben damit. Also, es ist ja nicht sowas, als wäre das ein automatisches, äh, K.O.-Kriterium in dem Fall. Oder es kann sehr stark zurückkommen. Ähm, da, da wird auch Dark Ritual gespielt, weil den Boardwipe und den Protection Spell wahrscheinlich in einer Runde gespielt werden sollte. Am besten der Unbreakable Formation, der mich auch noch besser angreifen lässt. Aber, ist, ist eine einfache, ist tatsächlich eine interessante Strategie, die die Spiele schnell macht und vor allem Gegnern immer wieder eine Chance gibt, aufzubauen neu. Und, äh, vor allem sowas wie eben eine Burn Damage, Damage ist permanent. Da, da sind solche Karten von Gegnern auch wichtig, dass, äh, dass sowas wie eine City on Fire liegt, um alle zu bedrohen. Ich will so Schaden haben. Und, äh, es ist immer eine Extreme, es sind einfach immer sehr schlecht. Also quasi zu sehr auf, zu sehr auf Optimierung zu schauen. Zu sehr auf, aber wir müssen in Turn 15 kommen, damit jeder auch wirklich Chance hatte, was zu machen. Oder, haha, ist mir egal, ich mach alles Turn 5 weg. Oder, ich lock euch aus dem Spiel Turn 5. Das ist, äh, man sollte wirklich für Casual, ist, denke ich, das Wichtigste, Extreme vermeiden. Aber ich glaube, ich glaube, wenn ich da nochmal das zu sagen darf, bei dir ist es ja dann wieder ein Aspekt, du hast eine Board-Wipe-Strategie, ne, du spielst neun Board-Wipes, du hast ganz klar Protection-Pieces da drin und wahrscheinlich mehr als, als eins, ähm, ähm, an den Casual-Tischen, wo ich dann auch mal spiele, da ist so, okay, da ist gerade ein volles Board, ich zünde einfach mal ein Board-Wipe, um es komplett wieder zu nullen. Du hast ja da schon eine ganz klare Strategie. Du sagst ja, ich werde drei Boards eliminieren, gib meinen Protection und hau dann den anderen auf die Nase, was ich super finde, weil das beschleunigt das Spiel ja auch, ne, aber das ist ein ganz anderer Einsatz von den Board-Wipes, wie, wie man sie ganz häufig an Tischen, äh, erfährt, muss ich da leider zu sagen. Ist, ist vielleicht auch, ist vielleicht auch tatsächlich ein interessantes Problem mit Pre-Cons, dass die, dass den Leuten, man muss halt so sagen, den Leuten wird, wird eine Waffe in die Hand gedrückt, aber nett, wie man sie nutzt. Das stimmt. Das ist auch, also, ich glaube, ja, wir sind ja jetzt so, eigentlich schon ziemlich am Ende, was das angeht. Ähm, ich finde, Casual ist, das ist wirklich, um das Erschöpfen zu bearbeiten, da braucht man wirklich lang, vor allem, weil es, da guckt jeder mit ein bisschen anderem Blick drauf. Wir haben es jetzt versucht, es gibt, glaube ich, immer noch, tausend andere Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, nein, ich kann ganz objektiv einteilen, wo Casual aufhört und endet. ich fand das am Anfang von dir ganz interessant, Freddy, mit dem Mindset, also mit der, einfach der eigenen Geisteshaltung. für mich ist Casual tatsächlich dieses Jahr, ich zünde jetzt den Board Vibe und dann schaue ich mal, ob ich besser rauskomme als die anderen. Das ist nämlich tatsächlich eine komplett andere Haltung, als, ich zünde den Board Vibe wirklich nur, wenn ich besser rauskomme als die anderen. Und das heißt nicht, dass die zweite Haltung nicht mehr Casual ist, aber man bewegt sich dann tatsächlich in eine Richtung, wo man mehr über das Spiel nachdenkt und nicht einfach nur das Spielt um des Spiels willen. Also ich spiele gerne Magic Karten, ich spiele gerne unterschiedliche Karten, mir ist scheißegal, ob ich meinen Sarah Avatar mit Brian Stout am 10 im Spiel, ich habe noch drei andere Karten, die lustig sind oder fünf oder zehn, es macht mir alles irgendwie Spaß und am Ende rede ich am liebsten mit den Leuten, während ich spiele. Also Casual, da gehört einfach auch dazu, zu den Karten, die man spielt, gehört beim Casual wirklich auch eine Einstellung dazu, wie man Commander im Generellen spielt. Und deswegen ist es auch so schwierig, das einzuteilen. Und deswegen bin ich auch so gespannt, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreibt oder wenn ihr auf Discord bei uns seid und euch meldet und sagt, hier, was habt ihr denn da gelabert, wie das für euch aussieht, weil es wirklich einfach ein sehr weites Feld ist und ich weiß auch, dass man über viele Sachen, viele von den Takes wahrscheinlich, die wir gebraucht haben, gut streiten kann. Aber das macht es halt so schwierig, weil wo ist Casual? Also eigentlich hätten wir am Anfang die ganze Folge über einen Detektiv losschicken müssen, der während wir diskutieren für uns dieses Casual aufspürt und uns in die Folge bringt. Ja, und der Detektiv wird wie Alquist natürlich in Ultimate Guard Sleeves eingepackt. So, nochmal, 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 nochmal ein kurzes Shoutout. Nochmal ein kurzes Shoutout am Ende an unseren Sponsor. Wir haben alles Gute schon über die vor allem gesagt und hat sich bis jetzt nicht geändert in der letzten Stunde. Ich brauche jetzt blaue Sleeves. Ich habe Alquist tatsächlich gezogen, das heißt, ich brauche coole, coole blaue Sleeves. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der Folge. Ich fand es ganz schön. Das waren ja ganz provokante Karten, die wir hier genannt haben, die ich mitbringen durfte. Und ich fand es ganz interessant, eure Aspekte zu sehen, die ja auch ein Stück weit kontrovers waren. Und das sind natürlich Karten, die sowohl in Casual gespielt werden können, wenn die, wie du schon gesagt hast, wenn das Gift dosiert ist. Wenn man nicht alles von der Sorte da reinpackt, sondern mal ein, zwei Stücke davon ausspielt, im Deck hat, dann geht's. Ja, ich fand es ganz, ganz cool, wie wir darüber diskutiert haben, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Und da wird einfach mal wieder aufgezeigt, wie breit gefächert Casual sein kann. Da gibt es, glaube ich, keine Antwort. Das ist Casual, das ist nicht Casual. Das Mindset und die Playgroup entscheiden, wo man sich darauf einlassen möchte. Ich glaube, das ist da das Entscheidende. So, aber eine kleine Sache noch. Hast du eine Karte der Woche? Jetzt überraschst du mich damit. Ist ja kein Problem, du hast eine riesige Liste an Karten. Ja, genau. Wenn du alle davon magst, kannst du auch eine als Karte der Woche nehmen. Ja, genau. Ich würde jetzt eine nehmen, einfach, weil die ganz lustig ist. Ich spring noch mal in den Punkt Burn rein. Das ist der Dwarven Driller. Das ist ein Zwerg. Ich rufe die noch einmal kurz auf, weil da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich weiß, was die macht. Die sagt, ich zerstöre ein Land oder du verneinst das und nimmst dafür zwei Schadenspunkte. Ich habe die Karte mal eben aufgerufen. Nee, doch nicht. Das soll hier nicht gehen. Hat jemand von euch gerade parat? Ich kann es dir sagen. Dwarven Driller kostet ein Rot und drei beliebige. Ist ein Zwerg. Zwei, zwei. Und kannst ihn tappen. Destroy target land unless its controller has Dwarven Driller D2 damage to them. Genau. Das ist jetzt eine Karte, die ich spontan genannt habe. Ich bin ein Verfechter von Land Destruction und mir geht es mächtig auf die Nerven, wenn einer meine Länder zerschießt, die ich gerade dringend benötige. Ich spiele die Karte Dwarven Driller nicht, um Länder zu zerstören, sondern ich spiele sie in mein Markter Deck. Ich möchte einfach Zwergen tappen, um Treasures zu machen und ich möchte direkt Schaden unter dem Burn-Aspekt verteilen. Niemand würde seine Länder opfern, schon gar nicht zu Beginn des Spiels und nimmt lieber zwei Schaden dafür. Das heißt, ich habe einen doppelten Benefit. Ich habe einen Treasure und der Gegenüber hat mindestens zwei Schaden genommen. Finde ich ganz lustig. Sehen meine Mitspielenden am Tisch nicht so, aber ich mag sie. Und es ist ein Zwerg. Zwerge sind cool. Das stimmt allerdings. Meine Meinung zudem ist, er wäre natürlich, also insgesamt fände ich ihn als Karte cooler, wenn er Non-Basic-Land sagen würde, weil man muss sich, das ist meine Einschätzung dazu, klar, der ist jetzt wirklich so eine Nischenkarte, weil der ist halt für bestimmte Decks interessant und auf keinen Fall für jedes. Aber ich glaube, wenn man den spielt, muss man sich schon zurückhalten, um nicht wirklich jeden Zug irgendeinen Basic, eine Insel, einen Wald, irgendwas in die Luft zu sprengen, weil man will ihn ja tappen und das ist so ein bisschen, ich habe nichts gegen die Karte per se, aber die führt einen selber, finde ich, auf ein bisschen unangenehmen Pfad, wo man sich wirklich zurückhalten muss, damit man nicht unangenehm wird mit der Karte. Hm. Ja, ich, äh, ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein Endgame damit ein bisschen nervig ist, wenn eine Person bloß noch acht Leben hat und dann fängt man an, hehehehe, die Person leider das Zeug da da wegzuhauen und so, hey, du hast noch, du hast noch sechs Leben, du hast noch vier Leben. Man muss aber auch sagen, es gibt Karten, die zwingen halt auch seine Removals, äh, zu opfern. Ja, klar. Vielleicht ist das eine davon, um dann hinterher was noch ektigeres zu spielen. Ich glaube, da ist eher Player Removal ab dem Zeitpunkt angesagt. Aber, ähm, ich glaube, damit haben wir es in der Folge, äh, uns findet ihr unter edh-kompass auf Twitter. Jetzt ex. Like uns, ja, the artist formerly known as Twitter, ähm, abonnieren und, äh, am besten mal kommentieren. Das hilft uns immer eigentlich am meisten aus. Wir lesen das am liebsten. Ich kommentiere manchmal unter einem anderen Account, weil ich zu faul bin, den Account zu switchen. Äh, hehehehe, und, äh, und ja, es hilft uns an, er geht schon am meisten. Und sonst kommt auf Discord, äh, die Boxing-Liga fängt demnächst wieder an. Und, äh, zu Call of Manor. Wie die funktioniert, da haben wir ein Video, da könnt ihr euch umfragen. Vor allem, wie es jetzt mit den Playboostern aussieht. Das muss da mal überarbeitet werden. Und, äh, wenn ihr Karten übrig habt und euer Display noch kommt, Jointy-Boxing-Liga, es könnte vielleicht sogar diesmal sehr früh Pressport geben. Uh. Also dann. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Danke, Sepp, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, deine Aufregung hat sich im Laufe der Folge gelegt. Äh, wir nehmen Sepp jetzt noch direkt persönlich in die Mangel und ihr könnt euch ausruhen bis nächste Woche. Jawohl. Ciao. Ciao. Ciao.